Äh, Frau Chiori? Deine Gespräche mit den Investoren ging sicher schnell. Der Aquabus ist noch nicht gekommen. Oh? Und wer sind sie? Ah, uh, lass mich dich anrufen. Das ist der Traveller in Paimon. Schön, dich zu treffen. Gleichzeitig! Wir haben gehört, dass die Chiori-Yah-Boutique eine gewählte Seamstress ist. Also es ist ein echtes Freude, dich in person zu treffen. Hm... Wem operieren wir? Äh, Nervia oder Chiara? Hm... Why, thank you. I stroved to create an outfit that matched her high social station as the Demoiselle. So tell me, what happened? I can tell the conversation didn't go quite as expected. Ah, well, it's like this. Das ging aber schnell. Ich weiß, ich weiß, Chiori. Du musst es nicht sagen. Ich sage es nicht sagen. Du hast mich erinnert, dass dieser Investor ein bisschen schrecklich ist. Ja, es gibt keine Worte darüber. Aber wie kann ich es aufgeben? Ja, ich habe es aufgeben. Ja, ich habe es aufgeben. Ich habe es aufgeben. Und da liegt der Problem. Ja, aber einfach in meine Worte. Ich habe ja nur so 4 Millionen in der Tasche. Aber... Ich habe ja nur so 4 Millionen in der Tasche, aber... Ich habe es aufgeben. Ich habe Angst, dass jeder Mora, den wir zusammen mit einer kurzen Zeit schrauben können, wird sogar die Aktivitätsfälle nicht beantworten können. Wir müssen weitergehen. Was passiert ist, hat bereits passiert und es gibt noch keine Veränderung. Aber jetzt ist nicht die Zeit, um es zu geben. Und da kommen natürlich noch die zu, die ganzen Kosten, wie Werbung und so weiter. Na ja, kennt man ja alles, wenn man sich mal auskennt. Boah, wie teuer das werden kann. Diesen ganzen Werbebudgets, ne? Kostet 300 Millionen und dann muss es nochmal... Dann muss man 800 dafür rausbekommen, damit man es wieder reinkriegt, das ganze Geld. Was? Du sagst, dass... Du hast einen Plan? Deswegen ist der Marvels auch gefloppt. Nein, das ist nicht was ich meine. Ich sage einfach nur, dass ich nicht aufgeben würde. Nicht nur noch. Die Aktivitätsfälle, die ich empfehle, sind nicht nur nach Mora. Wirklich? Dann, wo leben Sie? Under the sea. Äh, ich finde es gut, dass sie ihr Auto dort trägt. Die Malazines leben in Marisee Village. Der einzige Weg, um zu entdecken, ist von unter Wasser. Oh, wir müssen uns ziemlich leid, wenn wir jeden Tag arbeiten müssen, richtig? Ich meine, du musst all diesen Weg schwimmen, um zu Hause zu gehen. Wir sind so sehr wertvoll. Aber einige Malazines wählen, in der Courta-Fontaine zu leben, weil es so viel mehr konvenient ist. Und das ist unser Stopp. Oh, wir sind gekommen. Aber ich habe noch nicht mit Eibol gesprochen. Ich habe auch gefühlt die Erinnerung von Eibol über den Weg. Alles, was du erklärt hast, war so klar und deutlich, dass wir nicht mehr hören können. Vielen Dank! Ich arbeite meistens hier auf diesem Aquabus, also hoffe ich, ich habe die Chance, dich wieder zu sehen. Es gibt noch viele mehr Plätze, die ich euch an den Weg geben würde. Die Stimme haben wir doch bestimmt schon mal gehört. Jetzt hörte Aiki wahrscheinlich sagen, ne, hörst du es raus? Hörst du es raus? Nein, falsch! Oh. Willkommen zur Courta-Fontaine! Chiori! Du hast bestimmt viel verändert. Das ist die erste Mal, dass wir dich gesehen haben, seitdem du Inazuma verlassen hast. Ich habe nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ich war in so einer Rasse, wenn ich verlassen habe, dass ich noch nicht gesagt habe. Danke für die Einladung, Herr Xavier. Ich freue mich auf eine fröhliche Reise hier in Fontaine. Es ist ein Honour, zu haben den Kami-Sato-Klan besuchen uns. So, sie sind sie, wenn du gesagt hast, dass du von Inazuma kamst? Oh? Es ist die Traveller. Und Paimon! Wow, was ein Coincidence! Ayaka und ich waren gerade über dich über dich hier. Du bist auch hier für den Film? Wir kamen zu Zabie earlier und kamen mit ihm mit ihm. Aber ich bin keine Ahnung. Herr Kami-Sato und Lady Ayaka sind die realen Ahnung hier. Ich bin nur mit mir mit Ayaka zusammengekommen. Wir haben eine gute Zeit zusammengekommen. Äh, über das. Ich meine, wie soll ich dich kontaktieren, als ich die Präparation für den Film gemacht habe? Ich habe gedacht, du warst wahrscheinlich sehr beschäftigt und ich wollte dich nicht zu stürmen. bei dir? Es macht auch Sinn, dass die beiden Schauspieler sind. Ich meine, die beiden sind ja quasi... Nee, Quatsch. Ja, die Leute sind ja quasi Politiker. Also, ich konnte dich nur im Hintergrund meiner Meinung halten, während ich andere Akteure besucht habe, die Liedröle in dem Film zu spielen. Ich habe mir gedacht, über eine Überraschung mit dir während unserer Reise hier. Aber du hast immer noch mich zuerst überraschen. Oh, also Sie kennen uns alle bereits? Haha, was eine Coincidence! Was sind die Chancen, dass alle hier so zusammengebracht werden können? Warum gehen wir nicht zum Hotel Debord und ein Essen aufzunehmen? Ich habe bereits eine Reservation gemacht. Huh? Hast du zwei Spiele für uns auch? Ja, natürlich, natürlich! Ich werde sicher, den Bossen zu dir ein paar leckerste Däume geben, um sicherzustellen, dass es genug Essen gibt. Sehr gut. Dann bitte, leid den Weg, Herr Xavier. Jetzt sehe ich ja erst, dass die beiden so einen Schönheitsfleck haben. Sie haben ein Auge und er am Mund. Ah! Wow! Die Gebäude in Fontaine sind so groß! Schau mal, wie groß sie sind! Ja, schon. Und da ist die Schlüsse in der Summe. Und da ist der Fountain, den Eval vorhin erwähnt hat. Es ist wirklich eine großartige Sicht. Und schau mal, diese große Spiegel! Woher bekommt sie ihre Kraft? Oh! Warte einen Moment! Könnte es sein, einer dieser Klockwerk-Mekka, die wir so viel überhören haben? Geh in die zweite Etage zum Hotel Libor. Äh, wo sind sie da hin? Das gehen wir schnell! Ja, Leute! Und nochmal, auf jeden Fall der Fälle, willkommen zurück zu Genshin Impact! Weiter in der Quest! Musketen und... Rosen und Musketen! Falschrum! So! Aber ohne Eike, weil er das Kapitel ja noch nicht gespielt hat. Naja! Angeblich! Obwohl er müsste es inzwischen ja schon gespielt haben! So! Ich muss einfach schnell hin! Ich laufe doch nicht selbst! Okay, das geht schnell! Ja, aber ich werde bei den Dialogen nicht so viel reinquatschen, weil mein Commentary ist eher... so und so! Sehr mal realistisch! Mmmh... So, das ist was die Fälle von Fontaine ist. Es ist sicherlich anders aus dem, was wir in Inazuma haben. Wie soll ich es beschreiben? Es scheint, es scheint, man muss viel mehr, äh, Schritte zu machen, um sie zu machen. Und der Flasor hat auch viele Läder! Ah, ja. Als ich zu Inazuma ging, dachte ich, dass die Fälle da ein bisschen zu blöden war. Es dauerte ein bisschen Zeit, um es zu verwendet. Obwohl, ich glaube, das verwechsel ich mit chinesischem Essen. Ich glaube, die hauen immer haufenweise von Glutamata schon als Pulver mit rein bei ihren Essen. Lass uns zurück zum Ziel dieser Reise für einen Moment kommen, bitte? Wie haben die Vorbereitungen für den Film gekommen, Herr Xavier? Na ja, ich habe die meisten der Filmkriebe schon Ein Lichtspecialist, ein Propsmanager und ein Kostümdesigner. Ich habe auch die Copyrights von der Novels Autor gekauft. Oh, es heißt The Two Musketeers, oder? Ich habe das Skript, die du mir hier sendest. Die Geschichte ist ziemlich gut. Und der zweiten oder dritten Fortsetzung sind es dann vier. Eigentlich habe ich planen, zu filmen, als Herr Kamisato und Lady Ayaka in Fontaine gekommen sind. Aber, äh, ich habe Angst, dass ich ein bisschen Problem bin. Oh? Was ist das? Es hat mit dem Filminvestor, Herr Morris. Er hat mich plötzlich heute Morgen informiert, dass er ein finanzielles Problem hat und er wird mir nicht die Zahl der Finanzierung eröffnet. aufgenommen. Es ist gesagt, dass Fontaines' legale Systeme gut entwickelt wurde. Wenn er den Kontrakt verabschiedet hat, kannst du ihn nicht über die Sache nehmen? Das ist zumindest realistisch, nicht wie im Fernsehen. Denn Gerichtsfälle können manchmal Jahre dauern. Ich habe das auch entschieden, aber, unfortunately, es ist schwierig, zu fangen, zu fangen, zu fangen, zu fangen, zu fangen. Außerdem müssen wir die Filmfestival des Subventionen. Hm. Hm. Herr Xavier, wenn ich Ayaka und ich wären bereit zu performen, würde das lösen das Problem Sie sind? Was? Nein! Aus der Frage! Oh, das ist keine Sorge. Wir haben Geld. Es gibt keine Worte, Herr Xavier. Mein Bruder und ich wollten, zu fangen, zu fangen, zu fangen. Mein Bruder und ich wollten, zu fangen, zu fangen, zu fangen, zu fangen, zu fangen. Ich glaube, es gab es schon mal, aber mir fällt jetzt gar nicht ein, wo. Inazuma hat nur recentemente ihre Grenzen und braucht ihre kulturelle tiefe mit anderen nations. Wir haben nicht viele projekte mit Fontaine in der Vergangenheit, also wir hoffen, dass dieses fangen wird für die Zukunft für die Zukunft. Indeed. Du könnte sagen, das ist der Grund, warum die Ashiro Kommission agreed zu kommen zu Fontaine. Ich verstehe, aber Sie haben zu fangen, zu fangen. Wir haben offiziell hier, um ein kulturelles Surveys zu machen. Wir müssen unsere Sincerität wenn wir formale kulturelle tiefe mit der Nation. Dieser Film wird als proof der kulturelle und Fontein mit Inazuma und Fontaine Genau, es geht um den Import von Fontaine. If you still don't feel comfortable with this arrangement, I would also be more than happy to be introduced to some other renowned individuals in Fontaine's literary and artistic circles. Oh, oh, eh, all right. I'll do as you say. Thank you, thank you so much. I'll make sure to cobble together enough more and now. Even if it means selling my house, my camera and every single family heirloom. Come on now, no need to go that far. I'll also help you out as a brand sponsor. Genau, und da wird man die Kamera halten, wie bei, als Beispiel, Poltergeist, ne, hier, Chiros, oder was das war, ne, oder Coca-Cola, mh, aber immer schön die Dose in die Kamera drehen, ne, wie bei Wayne's World. Hey Leute, ihr Geld verkaufen, sich für Geld verkaufen, das ist irgendwie nicht richtig. Ähm, ja, wir werden auch zu sein stehen, als Freundschaftssponsoren. auch. Ich auch. obwohl ich nicht viel mehr, um diese Reise zu spenden, ist es noch besser als nichts. Ach, ihr seid zu nett, alle von euch. Ich, ich, wirklich nicht, wie... Okay, genug darüber. Jetzt, dass wir Xavier's Schulden haben, meine Unterstützung und zwei Liedern, die bereit sind, zu bezahlen. Ich denke, wir werden das passieren können. Also, instead of Maura, du kannst mit Filmen und Produktion helfen. Oh, aber, wie können wir damit helfen? Wir wissen nicht viel, über Filmen zu machen. Okay, mach dich zusammen, Xavier. Sag uns, ob es noch öffentliche Positionen gibt, zwischen der Crew. Oh, all right, let me think. We still need a camera operator, a clapper loader and someone to manage logistics. I originally wanted to personally serve as director, but I've been too busy working as the producer. So the positions of director and directors assistant will also need to be filled. director. So spricht man das aus? Ja, aber wir haben ja gesehen, die an, zum Beispiel, Uwe Boll Filme. Es ist keine gute Idee, wenn der Typ, der den Film macht, äh, der Regisseur, alles macht. Ne? Autor, Quatsch, Drehbuch, Produzent, drehen und so alles, weil dann keiner dazwischen grätschen kann und sagen kann, ey man, was du da geschrieben hast, das ist total scheiße. Paima knows what the director and the logistics support person do, but what's a clapper loader? The clapper loader is responsible for using the clapper board to record and organize the information of each shot when the camera operator begins shooting. The work requires both patience and careful attention to detail. Heutzutage so eine Filmklappe überhaupt noch? Weil früher war es ja wichtig, weil man da einen Ton ansetzt, weil er diesen Klack. A clapper board? Oh, you mean the thing they hold that goes clap whenever they start filming? Weiß sie das? Ich dachte, Filme sind erst neu. Yes, that's right. Are you interested in that job? For sure. Paima's always wanted to try that. Alright. Then you'll be our clapper loader. I can find someone from the store to help with logistics. What do you think, Savyei? Fine by me. As for our camera operator, I was thinking of letting the traveler take the role. Oh, he's great when it comes to using a camera. Paimon can't even count how many things we've taken photos of during our journey. Da müsste ich einfach an den Ordner gucken mit den Screenshots. Yes, that's also what I was thinking. I noticed the traveler had an eye for photography and composition when we worked together previously. I'm sure that's due to the traveler's journey across the Vat and all the places I've seen. After so many adventures, using a camera must be second nature by now. What do you say, traveler? Are you interested in the job? Aber nur, wenn ich vorher bezahlt werde. Thank you. It really means a lot to me. Come on, friend. Let me give you a big warm hug. Hey, nicht so, nicht so nah. Hast du nicht gedacht? Dann denk doch an die, an die Ansteckung. So, all that's left for us to find is a director and an assistant. Oh, me, me, me. I wanna be the director's assistant. All we need to do is help the director, right? I can handle that. All right, then all we need is a director. Oh, all the well-known directors in Fontaine are probably also busy working on their own films these days. I'm not sure who will have time to help. Oh, Farina helped out a theater troupe recently by serving as an artistic consultant. She could be a good director, right? Besides, it's not like she has anything else to do right now. Genau, sie ist ja kein, äh, sie ist ja kein, äh, kein, äh, kein Arcon mehr. Ups. F-f-f-f-farina? P-p-p-p-p-p-p-p-p. Uh, do you really think Lady Farina would be willing to help us with our humble project? Isn't that the name of Fontaine's Hydro-Arcon? My brother has already informed me about what happened here in Fontaine. Yep, that's her! She helped a theatertrip not too long ago and now she's taking a pork as a director. Zählt das denn als zweiter Bildungsweg? Well, uh... Oh, ich habe den Musiker gesehen. Sie ist perfekt. Und die Storyboards waren auch sehr gut. Keine Ahnung. Sie ist die beste Kandidatur, die wir jetzt denken können. Du wirst niemals wissen, bis du sie ein Schraubchen hast. Okay. Du bist richtig, Shiori. Ich werde alles für mein Film machen. Alles! Dann muss ich den Traveller und Paimon zeigen mir die Weg zur Frau Farina. Ich hoffe, sie wird auch helfen. Du brauchst uns auch zu kommen? Nein, es ist kein Problem. Außerdem, du hast gerade in Fontaine gekommen. Und ich bin sicher, da gibt es viele Pläne, die du möchtest. Es gibt diese Aufgabe für mich. Es ist Teil meiner Aufgabe als Produzent. Sehr gut. Dann werden wir warten zu hören, die gute Nachrichten. Ich gehe mit dir. Bei der Seite. Du möchtest, du möchtest ein Geschenk bringen. Und keine Angst. Wir wollen dich nicht einfach an Farina verlassen. Wir kennen Farina jetzt ziemlich gut. Also, mit einigen ähnlichen Gesichtern zu haben, sollte dir deine Chance helfen. Besonders, das Ganze war unsere Idee im ersten Mal. Okay, dann werde ich die Präparation machen. Und das Geschenk... Ja, habe ich doch gesagt. Hm. Ein Geschenk für jemanden, der als Hydro-Oracon als Hydro-Oracon gesehen hat. Ich frage mich, was sie gerne würde. Ich erinnere mich, dass Frau Farina einmal einen Uhrwerk-Ring hat. Also, vielleicht sollte ich für sie noch eine ähnliche Uhrwerk-Kontraption bekommen. für sie. Uhrenring? Was soll denn das sein? Ein Ring mit... einen Ring, in der gleichzeitig ein Uhrwerk angebaut ist? Oder was soll das sein? Huh? Können wir nicht nur ein paar Desserte bringen, wie die Fontanellia-Mousse? Hm. Aber wäre das nicht ein bisschen zu günstig? Sie mag auch Desserte. Ja, ein bisschen Bescheidenheit ist immer gut. Okay, dann. Lass uns ein paar Fontanellia-Mousse kaufen. Oh, cool. Was wird das wirklich genug sein? Wir werden sie fragen, dass wir sie viel Arbeit machen. Hm. Du bist richtig. Wir müssen den Deal noch ein bisschen... deutlich entspannter als die äh... Zum Beispiel, ähm... Wer wäre denn da zum Beispiel? Andere Charaktere? Huh? Willst du etwas sogar süßere als die Fontanellia-Mousse? Ja. Wir brauchen ein Geschenk, das süßere als jeder Dessert in der Welt. Es wird so viel. Hau da mal ein Kilo Zucker drauf! Wenn Furira dann Zucker schon hat, dann äh... Ja. Suchen wir jetzt jemand anderen. Aber was könnte das sein? Nein? Ja. Ja. Dann sé mal was für heute. Ich kann mich nicht mehr beginnen! Entspannige. Aber es wird ja noch verenoer Kind, ja schon wenn corrupted. Er w隻ad Ein Geilgerät ist warm. Vergessen hat man mir k 72-0妹.